Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um das Nichts. Also es geht darum, dass es sein kann, dass etwas irgendwo nicht ist. Also dass es Räume gibt, in denen nichts ist. Überhaupt nichts, gar nichts. Wir fangen vorne an. Also vor zweieinhalbtausend Jahren, also Sie merken, es ist sehr weit vorne, vor zweieinhalbtausend Jahren hat der griechische Naturphilosoph Demokrit die unteilbaren Teilchen eingeführt. Atomos, die Atome. Und damit er nun erklären konnte, wie aus den einzelnen Bausteinen den Atomen die verschiedenen Dinge in der Welt werden, und die verschiedenen Elemente wie Wasser und Luft und Erde und Feuer und so weiter, hat er gesagt, die Atome bewegen sich in einer Leere. Sie können sich in einer Leere, in der Leere, verändern. Können also ihre Zustände verändern. Und diese Leere, die ist ein ganz wichtiger Begriff der Naturwissenschaften geworden. In was bewegt sich eigentlich das Seiende? Oder um es mit Heidegger zu sagen, jetzt nicht erschrecken, das Sein des Seienden ist anders als das Sein des Nichtseienden. Damit es, das ist jetzt nicht Heidegger, das ist Lesch in dem Fall, damit das Sein sein kann, muss es ein Nichtsein geben, ansonsten könnte es das Sein nicht. Gut, die Frage ist schlicht und ergreifend heute, gibt es das Nichts auch im Weltall? Gibt es Löcher im Weltraum? Und wenn es die Löcher gibt, was ist da drin? Also, ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie Sie sehen werden. Und sie treibt uns um in der Astronomie mehr, als man vielleicht meint. Und Löcher im Weltraum. Fangen wir wirklich zu unter Menschenverstand. Wir Menschen, seitdem wir an den Himmel schauen, wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, gut, man sieht diese Lichter da am Himmel, diese Sterne, wie Sie natürlich wissen, und zwischen den Sternen ist ja offenbar nichts. Da ist es ja dunkel. Ist zwischen den Sternen nichts? Nun, heute wissen wir natürlich, dass zwischen den Sternen schon was ist. Allerdings ist das nicht besonders leuchtkräftig, also auf jeden Fall nicht so hell wie die Sterne. Sonst würde man die Sterne ja von dem Raum zwischen den Sternen nicht unterscheiden können. Die Helligkeit ist ja nicht gleichmäßig am Himmel, sondern es gibt die Sterne, die sind sehr hell, und zwischen den Sternen ist offenbar Material, was kaum strahlt, ganz wenig strahlt, so gut wie gar nicht strahlt. Auf jeden Fall aber. Die moderne Astrophysik hat festgestellt, dank der Möglichkeiten, der verschiedenen Beobachtungsmöglichkeiten bei dem gesamten elektromagnetischen Spektrum, das zwischen den Sternen interstellares Medium ist. Das heißt, ob schon für uns, also entweder für unsere Augen oder für unsere Fernrohre, also die Geräte, die sichtbares Licht aufsammeln, die Gebiete zwischen den Sternen leer zu sein scheinen, zeigen uns die Beobachtung im Radiobereich, im Röntgenbereich und so weiter, dass zwischen den Sternen doch etwas ist. Das ist ein sehr dünnes Gas, aber wenn man genügend empfindliche Instrumente hat, dann kann man dieses Gas sehen. Das heißt, der Raum zwischen den Sternen ist nicht leer. Also wenn man Stellarastronomie betreibt, dann weiß man, der Raum zwischen den Sternen ist nicht leer, man sieht nur weniger Sterne, weil da sind weniger Sterne, ganz einfach. Zum Beispiel Galaxien sind Sterneninseln. Und zwischen den Galaxien ist offenbar, was ist denn da? Ja, also das bedeutet, wir müssen jetzt anfangen zu fragen, was ist zwischen den Galaxien? Wir wissen eines, da wo Galaxien sind, da sind auch häufig noch andere Galaxien. Das werden wir nachher noch genauer begucken, da kann ich Ihnen was ganz Tolles zeigen. Aber es gibt ja auch Gebiete, in denen ganz wenige Galaxien sind. Oder wie sind Galaxien am Himmel verteilt? Wissen wir das? Können wir das wirklich wissen? Wie sind Galaxien im Universum verteilt? Wie ist überhaupt die Materie im gesamten Universum verteilt? Wir gucken ja, egal, ob wir nun als Menschen an den Himmel schauen oder ob wir mit Instrumenten an den Himmel schauen, ob wir sogar Instrumente draußen im Weltall haben, Satelliten, die um die Erde herumkreisen und das Universum sich anschauen, immer erwischen wir ja nur zweidimensionale Projektionen von dreidimensionalen Verteilungen. Ich meine jetzt nur unter uns, ich will das nicht weiter ausführen, aber Sternbilder zum Beispiel. Nehmen Sie irgendein Sternbild. Die Sterne haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sieht nur am Himmel so aus, als ob da irgendeine Struktur wäre. Wenn Sie durchs Weltall fliegen können, würden Sie von dem Sternbild überhaupt nichts mehr sehen, weil der eine Stern ist ganz weit hinten, der andere ist ganz weit vorne. Aber wenn man das auf den Himmel projiziert, dann entstehen solche merkwürdigen Sternbilder. Aber ich will das, wie gesagt, gar nicht weiter ausführen. Reden wir über die Verteilung von Galaxien. Wie messe ich die räumliche Position einer Galaxie relativ zur Milchstraße? Wie soll ich das machen? Ich muss die Entfernung kennen. Ich muss wissen, also ich sehe das ja irgendwo am Himmel, also das heißt, ich kann den Seestrahl nachverfolgen, aber wo bitte ist die Galaxie relativ zu meiner Milchstraße? Und das macht man bei sehr, sehr vielen Galaxien inzwischen mit der sogenannten Rotverschiebung. Anfang des, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts von Edwin Hubble entdeckt und vor allen Dingen dabei herausgefunden, je größer die Rotverschiebung der Spektrallinien ist, umso weiter ist das Objekt von uns entfernt. Rotverschiebung nur noch mal ganz kurz ist, dass die Wellenlänge, die eigentlich in Ruhe zum Beispiel bei einer ganz bestimmten Frequenz ist, wenn die Wellenlänge des Lichtes, das der Stern abgibt, bei einer ganz bestimmten Frequenz ist und jetzt bewegt sich der Stern von uns weg, dann wird die Frequenz dieser emittierten Spektrallinie ins Rote verschoben. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, also zu längeren Wellenlängen hin. Käme das Ding auf uns zu, würde die Wellen, würde die Spektrallinie ins Blaue verschoben, also zu höheren Wellenlängen, okay, zu höheren Frequenzen, pardon. Soll ich es noch mal sagen? Rotverschiebung bedeutet, die Wellenlänge wird größer, die Frequenz wird kleiner. Auf uns zu heißt Blauverschiebung, die Frequenz wird höher, die Wellenlänge wird kleiner. Also aus der Rotverschiebung der Spektrallinie lässt sich ausrechnen, wie weit ein Objekt von uns entfernt ist. Und das hat man gemacht. Das hat man für hunderttausende von Galaxien gemacht. Und das, was Sie da hinten an der Wand sehen, die Projektion, das ist die Projektion von 250.000 Galaxien direkt räumlich so verteilt, wie es die Daten wiedergeben. Das, was Sie da sehen, diese riesigen Filamente zum Beispiel, das sind Galaxienhaufen. Die Galaxienhaufen, das sind Ansammlungen von Galaxien. Diese riesigen Filamente, die Sie da hinten sehen, sind nicht nur Galaxienhaufen, das sind Galaxien-Superhaufen. Das heißt, das sind die Galaxienhaufen zu Haufen gebildet. Und dazwischen, das sieht man auf dieser Projektion wunderbar, gibt es Leerräume. Die sogenannten englisch gesprochen Voids. Void ist das englische Wort für Leere. Und Voids, also die Mehrzahl müsste eigentlich heißen, Leeren. Also die Leeren, die verschiedenen Leeren. Also die Voids sind leer. Also leer heißt einfach, da ist nichts drin. Da kann man hunderte von Stunden mit dem Teleskop reingucken, an die Punkte, wo die Voids sind, diese Leerräume, und man findet nichts. Da ist nichts drin. Gar nichts. Um die Voids herum allerdings sind die Galaxienhaufen sozusagen angelegt. Das Universum scheint eine Blasenstruktur zu haben. Wie so ein großes, ja wie soll man sagen, wie so Bienenwaben. 75 Prozent des Universums sind angefüllt mit diesen Leerräumen. Und die Galaxienhaufen sind praktisch die Zwischen-, sind die Wände dieser Leerräume. Also nochmal. Die Messung von mehreren hunderttausend Galaxien am Himmel. Die Rotverschiebung gibt einem ganz klar an, wo die Galaxien stehen im Raum. Und wenn man das dann dreidimensional projiziert, dreidimensional darstellt, dann erscheint diese Struktur. Die Galaxienhaufen und Galaxien, also die Galaxien sind in Galaxienhaufen konzentriert, die Galaxienhaufen sind in Galaxien-Superhaufen konzentriert, und das sind die Wände von großen Leerräumen. Die Leerräume haben eine Ausdehnung von 75 Millionen Lichtjahren. Typisch. Man gibt auch kleinere, aber die meisten sind ungefähr 75 Millionen Lichtjahren groß. Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommen Leerräume? Da muss man wirklich ganz weit zurückgehen. Da muss man nämlich fragen, wie entsteht überhaupt irgendetwas im Universum? Im allgemeinen Irrsinn dieses Universums, wo alles auseinanderfliegt, sind ja die Galaxien etwas, was zusammengestürzt ist. Diese alte Frage der Astrophysik haben wir ja im Rahmen von Alpha Centauri schon oft diskutiert. Aber hier wird es ganz besonders dramatisch. Denn hier reden wir nicht nur über ein Gebiet von, sagen wir mal, 100.000, 200.000 Lichtjahren, wo nachher eine Galaxie werden soll, sondern wir reden davon, wie sind überhaupt Galaxienhaufen entstanden und wieso haben die sich eigentlich so als Wände um solche Leerräume herum gebildet. Das ist eine Frage von allergrößter Bedeutung für die sogenannte kosmologische Strukturentwicklung. Wie kommt diese Struktur zustande? Also ich kann Ihnen sagen, ich könnte Ihnen doch stundenlang was erzählen, so viel Zeit haben wir ja nicht. Aber wir wollen trotzdem ein paar Dinge klären. Das Erste ist, was da gewinnt, lokal, gegenüber der allgemeinen Expansion, ist ja offenbar Schwerkraft. Die Schwerkraft führt dazu, dass das Material also zusammenbricht unter seinem eigenen Gewicht und eben nicht der allgemeinen Expansion folgend sich verteilt. Wenn das Universum als gleichmäßige Materieverteilung angefangen haben sollte, und das ist ja das, was uns die kosmische Hintergrundstrahlung mitteilt, dass die Materie offenbar am Anfang wahnsinnig gleichmäßig im Universum verteilt war, dann muss eine Kraft da gewesen sein, die auf einmal anfing, diese gleichmäßig belegten Gebiete zu entleeren. Also entleeren heißt, dass das Material auf einmal irgendwo hingeflossen ist. Warum? Weil da schon was war, weil da schon mehr war als in der Umgebung. Und dieses mehr bedeutet, es gab Dichteschwankungen. Es gab einfach Gebiete, da war mehr Materie als in anderen Gebieten. Und daraufhin floss mehr Materie in diese Gebiete, wo es ohnehin schon mehr war. Dieses mehr an Materie führte dann dazu, dass da noch größere Schwerkraft war und es gab zu noch mehr Entleerung. Die mittlere Dichte im Universum, das sagen wir mal so, die kritische Dichte im Universum, ist ein Proton pro Kubikmeter. Also sehen Sie was, wahnsinnig leer. Die mittlere Dichte in der Galaxie sind eine Million Teilchen pro Kubikmeter. Das heißt, wenn Sie nun auf die mittlere Dichte des Universums kommen wollen, von einem Teilchen pro Kubikmeter, Sie haben aber Gebiete, die viel dichter sind, wie zum Beispiel Galaxien, dann ist auch klar, dass es Gebiete geben muss, die unglaublich viel dünner belegt sein müssen, weil Sie sonst ja nie auf den Mittelwert von 1 kommen können. Das heißt, die Forderung nach diesen Leerräumen ist klar. Aber wie kamen die zustande? Es ist ja so, wir sind uns ja heute alle im Klaren darüber, dass Galaxienentstehung überhaupt, die Entstehung von irgendwelchen Strukturen nur noch verstanden werden kann durch eine Form von Materie, die eben nicht strahlt und die mit Strahlung auch nicht wechselwirkt. Die berühmte dunkle Materie, die muss ja da sein. Jetzt hatte man früher gedacht, es gäbe nur eine Form von dunkle Materie, die ist kalt, also ganz geringe Geschwindigkeiten. Das ist eine kalte dunkle Materie. Das Problem mit der kalten dunklen Materie ist aber, sie erklärt nur die Entstehung von Galaxien. Vielleicht noch von einem Galaxienhaufen. Aber wenn man ganz große Strukturen haben will, über 75 Millionen Lichtjahre, wo kommen denn solche Strukturen her? In der kosmischen Hintergrundstrahlung hat man die nämlich nicht gesehen. Wie kommen die dann zustande? Nun, am Anfang bilden sich die Galaxien offenbar, durch die kalte dunkle Materie. Aber heutzutage braucht man nicht nur kalte dunkle Materie, man braucht auch noch heiße dunkle Materie, weil die ist nur instabil für sehr, sehr große räumliche Gebiete. Merken Sie, das wird jetzt aber unangenehm. Muss ich auch sagen, ist mir auch persönlich unangenehm, dass ich Ihnen da nichts Klares anbieten kann. Also wir haben Materie, die sich unter dem Einfluss von dunkler Materie zu Galaxien und Galaxienhaufen entwickelt. Aber die dunkle Materie besteht nicht nur aus einer Sorte, wie man sie für die Galaxien braucht. Da muss noch eine zweite Sorte her, das muss heiße dunkle Materie sein. Sehr leichte Teilchen, die sich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit bewegen, die dann für diese großen Blasen zuständig ist. Heutzutage spricht man von Mixed Dark Matter, also gemischter dunkler Materie. Man nehme 70% kalter dunkler Materie und 30% heißer dunkler Materie. Mit solchen Verhältnissen kann man dann im Computer tatsächlich die beobachtete Verteilung von Galaxien, so wie wir sie am Himmel beobachten, tatsächlich nachmodellieren. Ich muss dann allerdings sagen, das hat deutlich was von einem Rezept. So nach dem Motto, ja wir nehmen mal so eine Prise, dann können wir noch eine Idee von, nimm noch eine Messerspitze davon. Das ist wissenschaftstheoretisch außerordentlich unbefriedigend, dass man an so vielen verschiedenen Rädchen drehen muss, um zu erklären, wie das Universum funktioniert. Und noch dazu muss man an diesen verschiedenen Rädchen drehen, um zu verstehen, warum es im Universum die Leere gibt. Eines ist klar, die Lehrgebiete sind ganz wichtig. Denn ohne die Lehrgebiete hätte es die Materie niemals geschafft, sich zu Galaxien zu entwickeln, sich zu Sternen zu entwickeln, sich zu Planeten zu entwickeln, sich zu Lebewesen zu entwickeln und eines Tages die Frage nach den Löchern im Weltall zu stellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.